hallo und herzlich willkommen bei edis tech lab heute geht es wieder mal um den wassertank und zwar haben wir das letzte mal gesehen dass der ultraschallsensor nicht super funktioniert deswegen verwenden wir jetzt diesen sensor und zwar ist das der vl 53 glock sensor das ist ein sogenannter time to fly sensor den sehen wir uns heute genauer an programmieren und danach bin ich sicher jeder kann das der vl 53 l 0x sensor mist entfernungen mit hilfe eines laser strahls der ausgesendet wird die zeit die der laser strahl benötigt um zum objekt zu gelangen und von diesen reflektiert zu werden gibt aufschluss über die entfernung zum objekt die kommunikation mit dem sensor erfolgt über eis quasi mittels der pins scl und sda zusätzlich verfügt das modul über einen x-shut bin auch shut down bin genannt der verwendet wird um das modul durch ein los signal auszuschalten der gbo 1 bin des sensors ist ein konfigurierbarer bin der in der software mit einer bestimmten funktion belegt werden kann der sensor kann mit 2,8 bis 5,5 volt spannung versorgt werden und sein messbereich reicht von zwei zentimeter bis zu maximal zwei meter standard mäßig hat der sensor eine eis quasi adresse von 0x29 der laser ist ein glas 1 laser der für das menschliche auge unbedenklich ist den sensor findet ihr auf amazon und unten in der video beschreibung habe ich euch den link reingestellt der vl 53 l 0x ist ein time of flight sensor dieser sensor sendet einen laser strahl aus in kegel form mit einen winkel von 35 grad der durchmesser am ermieter ist nur 0,4 mm breit der sensor verwendet einen 940 nanometer vc sl ermieter das steht für vertical gravity surface ermitting laser der empfänger hat nur einen durchmesser von 0,2 mm und der kegel einen winkel von 25 grad aber wie funktioniert jetzt dieser sensor indem er einen laser strahl aussendet und die zeit misst die dieser benötigt um von ziel zurückzukehren mit hilfe dieser zeit kann der sensor jetzt berechnen wie weit das objekt entfernt ist sehen wir uns jetzt den x-shut und den gb io1 bin an wenn der x-shut bin auf high also 3,3 oder 5 volt abhängig von deinem system gesetzt wird wird der sensor aktiv der sensor startet eine messung und ist bereit daten zu liefern wenn der x-shut bin auf low also auf ground gesetzt wird dann wird der sensor in den shut down modus versetzt in diesem modus wird der sensor ausgeschalten alle internen prozesse gestoppt und der stromverbrauch minimiert um energie zu sparen der gb io1 bin ist ein konfigurierbarer bin was bedeutet dass du in der software festlegen kannst welche funktion du ihm zuweisen möchtest ist kann entweder als interrupt oder als status ausgang oder eine andere funktion erfolgen die vom spezifischen projekt abhängt in diesem beispiel wird der vl 53 l 0x sensor an einen wemos d1 mini angeschlossen wir verwenden 5 volt und ground pins für die spannungsversorgung vom sensor und für die i2 c kommunikation verwenden wir die standard pins d1 für scl und d2 für den sda pin sehen wir uns jetzt den sketch für dieses beispiel an in der ersten zeile binden wir die library ein und danach erstellen wir die sensor instanz im setup setzen wir die bautrate für den serial monitor auf 115 200 und mit via beginn wird die i2 c schnittstelle gestartet gibt es bei der initialisierung vom sensor ein problem dann geben wir hier eine fehlermeldung aus in der lupfunktion lesen wir den sensor aus und schreiben den gemessenen werte millimeter in die variable distance zur sicherheit machen wir auch eine überprüfung ob der sensor ein timeout erreicht hat wenn das der fall ist dann geben wir eine fehlermeldung aus und wenn alles okay ist dann schreiben wir die entfernung im millimeter in den serial monitor anschließend machen wir eine pause von 100 millisekunden bevor die lupfunktion wieder von neuen beginnt und eine neue messung durchführt diese sketch findet ihr wie immer auf github und unten in der video beschreibung ist der link dazu wer tiefer in die elektronik und heimautomation einsteigen möchte dann kann ich hier dieses ebook empfehle dieses buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen updates kostenlos herunterladen mit dem kauf unterstützt der edis tech lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken and good news for all the english speaking folks this book is also available now in english sehen wir uns jetzt die messung an wir starten hier bei 30 cm und rücken dann vor bis auf 20 cm und wir sehen hier dass wir ungefähr zwei zentimeter abweichen von ergebnis das können wir aber später dann in der software korrigieren es empfiehlt sich immer zuerst den sensor zu montieren damit eine fixe position hat und danach wenn nötig die ergebnisse per software zu korrigieren mit diesem sensor haben wir auch die möglichkeit nicht nur mit dem normalen modus bis zu 1,2 meter zu messen sondern wir können ihn mit ein bisschen aufbimben auf zwei meter bringen in dieser tabelle seht ihr die unterschiede der beiden modi wir können drei parameter anpassen das ist das erste signal rate limit als zweiten parameter ändern wir die puls periode vom laser und im dritten parameter kümmern wir uns um das timing budget mit dem hinzufügen von diesen vier zeilen code bringen wir den sensor dazu bis zu zwei meter länge zu messen einen beispiel sketch findet ihr natürlich wie immer auf github und unten in der video beschreibung ist der link dazu seit 2025 mache ich den youtube kanal jetzt hauptberuflich und es würde mich freuen wenn ihr mit einer kanal mitschaft bei youtube den kanal unterstützen könnt es gibt ein kleines ein mittleres und ein großes modell aber auch das kleine modell hilft den kanal weiter am leben zu halten oder ihr schaut auf der komplett neu gestalteten webseite vorbei und unterstützt den kanal mit dem kauf von einem der bausätze oder mit dem kauf von einem der e-bücher ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken bis dann euer edi